Der Tiefpunkt der Lakers Offseason war nicht die Absage von Kawhi, sondern ein Deal, den man nicht einmal 24 Stunden später machte. Rajon Rondo wurde für zwei Jahre zurück zum Team gebracht. Spaß beiseite, man kann die beiden Dinge natürlich nicht miteinander vergleichen. In den nächsten Minuten werde ich erklären, warum Rondo eine grauenhafte Saison gespielt hat, warum er nicht mit James harmoniert und warum er nicht wieder im Team sein sollte. Hallo Freunde, hier ist JustTheKid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Rajon hatte eine klassische Rondo-Saison, wenn man sich die Counting-Stats anschaut. 9,2 Punkte, 9,0 Assists, 5,3 Rebounds pro Spiel, dazu 1,2 Steals pro Abend. Er machte 46 Spiele, davon 29 als Starter und absolvierte unglaubliche 29,8 Minuten im Durchschnitt. Seine True-Shooting-Quote von 47,3% war grauenhaft, sein 100er O-Rating ebenso. Erfreulicher hingegen war seine Quote von Downtown, 35,9% bei 3,13ern pro Spiel, standen zu Buche. Gewohnschwach war er von der Dreierlinie, gerade mal 63,9% seiner Versuche landeten im Ziel. Beginnen wir mal mit seiner Offense. Die Lakers konnten regelmäßig keine flüssige, gut laufende Offense kreieren, wenn Rajon Rondo ihr Floor General und primärer Ballhändler war. Mit ihm hatte man ein Offensive-Rating von 107,2, sowohl dieser Wert als auch die effektive Wurfquote des Teams war höher, wenn der Point Card auf der Bank saß. Wie angesprochen hatte er zwar eine überraschend hohe Dreierquote aufgelegt, Spacing brachte er seinem Team damit aber trotzdem nicht. Gegnerische Teams und deren Spieler ließen ihn regelmäßig wide open stehen, konnten ihren defensiven Fokus so auf die vier anderen Lakers-Spieler auf dem Parkett legen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine ordentliche oder gute Dreierquote ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Spacing und das braucht man in der Regel heutzutage. Die vielen offenen Dreier kamen auch daher, dass man als Defender problemlos unter die Screens für ihn gehen konnte. Das mit Rondo und den Dreiern ist so ein bisschen wie ein Make-Menü in der Masse-Phase. Man nimmt zwar die Kalorien zu sich, aber bringen sie einem wirklich was? Weniger Spacing mit Rondo als Point Guard macht den Job für jeden seiner Mitspieler komplizierter. Er schadet seinem Team. Das ist nicht nur in diesem Bereich so, sondern in fast allen anderen auch. 8,0 Assists pro Spiel klingen gut, oder? Eine Vorlage ist aber nicht gleich eine Vorlage und das Playmaking nicht gleich Passing ist, habe ich in einem meiner letzten Videos bereits erklärt. Rondo ist ein extrem Balldominanter Guard, braucht den Ball zwingend in seinen Händen, um zu agieren. Oft dribbelt er den Ball über Großteile der Possession, um dann zu versuchen, mit einem einzigen Pass die Defense zu überwinden. Er war richtig auf der Jagd nach Vorlagen, verhinderte so auch, dass die Offense ihren Rhythmus finden konnte. Außerdem nahm er damit den Ball aus den Händen von Spielern wie James, Ball oder Ingram, die wesentlich mehr damit hätten anfangen können. Rondo ist zu verliebt in seine eigenen Passing- und Playmaking-Fähigkeiten. Er spielt riskante Pässe, unkluge Pässe und traf nicht immer die besten Entscheidungen. Ball Movement und Tempo nahm stark ab, wenn Rajan der Point Guard des Teams war. Über seine reinen Passing-Skills lässt sich nicht streiten, da gehört er weiterhin zu den besseren Point Guards im Game, auch wenn er auch in diesem Bereich deutlich abgebaut hat. Über Rondo wird oft gesagt, er hält sich für klüger als alle anderen, egal ob Mitspieler, Gegenspieler oder Coaches und es ist womöglich auch so. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Egal ob war oder nicht, davon habe ich nicht viel gesehen. Das war das erste Jahr, in dem ich wirklich mal jedes Spiel und jede Possession von ihm gesehen habe und ich war alles andere als beeindruckt. Er nahm das Tempo raus, überdribbelte immer wieder und war schlicht und ergreifend nicht in der Lage, eine effiziente Offense für sich und andere zu kreieren. Das belegt auch sein 100er Offensive Rating. Dieser Wert bedeutet, dass die Lakers im Schnitt einen Punkt pro Angriff machten, an dem Rondo direkt beteiligt war und das ist ein grauenhafter Wert. Ein ganz großes Problem war, dass Rondo und James nicht zusammen harmonierten, weswegen ich auch nicht verstehe, warum man den Point Guard zurückgebracht hat. Rondo spielte die Hälfte all seiner Minuten an der Seite von James. Man machte in den 602 Minuten der beiden zusammen im Schnitt 3,7 Punkte pro 100 Possessions weniger als der Gegner. Mit keinem anderen Spieler hat James auch nur einen annähernd so miesen Wert. Die Lakers waren ein gutes Team mit James auf dem Court und dann nicht, wenn er mit Rondo spielte. Das ist kein großes Wunder, Rondo ist nicht unbedingt der Prototyp Point Guard für LeBron. Er bewegt sich kaum Off-Ball, spacet den Floor nicht und nimmt den Ball aus seinen Händen. Die Lakers konnten schlicht und ergreifend einfach nicht punkten, wenn beide zusammenspielten, was sich aber sofort änderte, wenn Rondo ersetzt wurde. Der witzige Teil an der ganzen Geschichte ist aber, dass Rondos Offense im Vergleich zu seiner Defense sogar noch relativ ordentlich war. Der Point Guard ist einer der schlechtesten Defender auf seiner Position in der gesamten NBA. Er ist zu einem grauenhaften On-Ball-Verteidiger geworden, lässt Gegner am Perimeter buchstäblich durch ihn hindurch gehen. Er zeigt regelmäßig wenig bis kaum Einsatz, bewegt sich kaum und gibt den Possessions viel zu früh auf. Außerdem ist er kaum bereit, ordentliche Help-Defense zu spielen, ist er nicht direkt am Play beteiligt, steht er quasi nur auf einem Fleck und schaut zu. Seine abnehmende Athletik verschlimmert das Ganze auch noch. Mit Lonzo konnte man außerdem switchen, mit Roger nicht. Die Lakers hatten mit ihm ein 115er Defensive Rating, waren nicht in der Lage, defensive Stops zu kreieren bzw. ihre Gegner vom Scoren abzuhalten. Ohne ihn lag dieser Wert übrigens bei 107. Man hat also einen Point Guard, mit dem die Offensive nicht läuft und der eine defensive Katastrophe ist. Sein Net Rating von minus 8,6 ist unglaublich schlecht, ebenso wie sein RPM von minus 3,76, womit er in der gesamten Liga auf Rang 474 steht. Rondo war einer der schlechtesten Rollenspieler, der über die gesamte Saison konstante Minuten gesehen hat, wenn nicht sogar der schlechteste. Außerdem passt er überhaupt nicht zu LeBron. Und wer jetzt sagt, dass er gut zu Cousins und AD passt, für den habe ich auch noch eine Statistik. In 2017-18 waren die Pelz plus 5,3 pro 100 Possessions mit Boogie und Davis. Spielten die beiden aber mit Rondo, ging diese Zahl auf minus 1,3 runter. Rondo sollte kein Starter sein, er sollte auch kein Backup Point Guard sein und er sollte erst recht nicht bei den Lakers sein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!